LOL Jaja, ganz wild Hallo? Hallo? Ich kann nicht identifizieren wer das ist So ne schlechte Stimme Digger ich kann nicht identifizieren wer das ist Digger ich kann nicht identifizieren wer das ist Ist so blöd Medi? Ja, ist Medi Hallo, na hi Jungs, alles klar oder was? Digger es ist Monte, was ist das denn? Wie kannst du denn deine Stimme verstellen? Wie kann ich meine Stimme verstellen? Hallo? Bist du das? Loll, hast du das? Wusstest du, dass er das ist? Ja, bist du lost? Digga, also Chat, klippt es mir bitte einer und sagt mir, ob ihr das wusstet Real Talk jetzt Das war ja übertrieben gut gemacht Ich dachte, dass du das wär Medi Digger Ja genau, ich bin Medi Ich hab auch einen kleinen Schwanz Weil sie sich anhat wie Mr. Bean So, guckt euch das mal bitte an Achtet, hier ist Vorteil zum Freistoß Ich lauf weiter, heißt ganz normal nix Der Gegner berührt mich nicht, gar nix Einfach Elba Achtet Einfach Elfmeter Und der Gegner bekommt hier eine rote Karte Also diese vier Mann, ne Das ist echt der Wahnsinn, muss man sagen Das ist einfach zu krank Jawoll, ne den macht er nicht Oh ne So ein Huren Ja Uuh 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 Uuuu Uuh 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 No Uuh Halt! Oh Junge! Das ist Cruyff! Ich hab gesagt, oh mein Gott! Boah, was ein Tor! Das gibt's nicht, ne? Ey, das gibt's nicht, ne? Wo war die fucking Ballrolle? Juhu! 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 Nee! Nee! Niemals Elfmeter! Wehe! Was? Ich hab den nicht mal gesteuert! Kleppen, wenn ich kleppen will. Eine Artimsel forgiveness oder? Das musst du klippen, das musst du klippen, das musst du klippen Nein, bitte! Oh, oh, oh ne, Cantona, bitte! Oh mein Gott, 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 Cantona! Seh ich auch so? Wacht, Digga, verpiss dich mit diesem Spiel, Mann! Mann! Wie heißt der? Wie heißt der? Wie er ihn umgetreten hat, der Makalile! Guck sie an! Was? Das ist so lächerlich, Digga! Ja, komm! Glückwunsch! Mit drei Schüssen gewonnen! Wirklich Glückwunsch, Mann! Herzlichen Glückwunsch, EA Sports! Wirklich! Ich bekomme jetzt so einen saftigen Short, Digga! Und dann geht es wieder richtig rund, Digga! Und dann bin ich wieder raus aus dem Loch! Ja! 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 Yes! Wer hat es gekollt, Junge? Wer hat es gekollt, Digga? Was war das? Oh mein Gott! Ja! Scripting aktiviert! Mashallah, Digga! Geiles Spiel, Mann! Oh, stark! Ja! Jawoll! Klappt auch auf PS5! Meine Lieben! Ja! Nein! Ja, genau! Der Pass von Dybala! Huch! Fuck! Digga! Ja, ich höre mich wieder unnötig über ein Spiel aufweiten! Pfff! Hallo, darf ich mal Son auswählen?! Nö! Ja, oder so. Ja, oder so. Oder so, oder halt mal mit in den Handen, ja. Oh mein Gott! Jetzt bist du los! Medi hostet mit 7... Mal drück Pause! Medi hostet mit 745 Leute! Ey, Kuss geht raus, Medi! Was hat er denn eigentlich hier vor gerade? Also jetzt musst du Elite holen.